Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Den angeregten Gesprächen entnehme ich, wir haben ein Top-Thema. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich bei unserem fünften Wohnbaudialog gekommen sind und darf an erster Stelle mal ganz herzlich unseren Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger begrüßen. Lieber Martin, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wissen, Dein Kalender platzt aus allen Nähten und du musst eigentlich von einem Termin zunächst noch heute, aber trotzdem schön, dass du wirklich trotzdem dir die Zeit auch bewusst nimmst, für uns zu herzukommen und auch das Thema noch einmal aus deiner Sicht zu begleiten und aufzuschlagen. Ich darf begrüßen ganz herzlich alle erschienenen Bürgermeister. Ich begrüße Sie in Kumolo und Ihre zahlreiche Teilnahme zeigt uns, dass wir nicht nur ein Thema haben, das in den großen Städten in Österreich ein Thema ist, sondern dass dieses Thema jetzt auch schon weit in Niederösterreich, auch in kleineren Gemeinden, in kleineren Städten und mittleren Städten angekommen ist und wir ein Thema haben, das uns eigentlich jetzt dem Zeitgeist entsprechend Stadt wird größer, Land wird urbaner, nicht nur über den Wohnbau, sondern weit in den Wohnbau hinaus, in den Städtebau hinein begleitet. Ich darf alle Gäste herzlich begrüßen, besonders unsere Referenten. Wir bewegen uns heute regional weit über St. Pölten hinaus. Wir kommen also von Wien nach Vorarlberg, Stuttgart und Basel und werden verschiedene Beispiele erleben, wie Wohnbau mit Städtebau kombiniert gelungen sein kann. Es wird um 11 Uhr der Präsident des Niederösterreichischen Gemeindebundes kommen. Ich darf schon einmal vorab angehündigen, er wird ein kurzes Statement aus seiner Sicht geben, weil auch die Gemeinden dieses Thema momentan ganz stark am Radar haben und der Bürgermeister aus Amstetten, Herr Haberbauer, wird auch ein kurzes Statement abgeben. An der Stelle in der ersten Reihe sitzt er, möchte ich auch gleich sagen, Dank an den Norbert Steiner, der dieses Thema wesentlich aufgeschlagen hat und wenn Sie im Hereingehen gesehen haben, haben wir große Projekte der Alpenland und wer Norbert Steiner kennt, weiß, die steinerschen Dimensionen bewegen sich nicht in einem Bereich von 5 bis 10 oder 15 Wohnungen, sondern Norbert Steiner denkt groß und auch unsere Projekte sind groß, aber nicht nur groß, weil es viele Wohnungen sind, sondern groß, weil wir uns mit unseren Wohnbauten über die Grundstücksgrenze hinaus auch mit der Wohnumgebung beschäftigen. Und das soll es eigentlich sein und das ist auch der Grund, warum wir dieses Thema mit unserem Kooperationspartner der Orte gerne machen. Und ich danke auch der Heidrund Schlögl, die sich ganz intensiv, wo sitzt sie? Wo steht sie? Ganz intensiv auch in der Diskussion, wie wir es aufschlagen und in welcher Qualität wir dieses Thema hier behandeln wollen, eingebracht hat. Danke an der Stelle und danke an Orte. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Und warum ist uns das so wichtig? Weil wir in den letzten Jahren eine Dynamik am Immobilienmarkt hatten, die außergewöhnlich war. Also wir haben bis vor wenigen Wochen einen Immobilienmarkt gehabt, wo unglaublich eine hohe Nachfrage war. Es wurde unglaublich viel gebaut und seit wenigen Wochen ist es ganz anders. Und alle warten und haren der Dinge und wissen nicht, wie geht es weiter. Und wir sind medial mit Themen konfrontiert. Österreich ist Weltmeister im Flächenverbrauch, Bodenversiegelung ist ganz negativ besetzt. Und mittlerweile ist auch Wohnbau negativ besetzt. Im Sinne von, wir merken es im Bauverfahren, dass unsere Anrainer Einsprüche mehr werden. Wir merken, dass Wohnbau an sich, obwohl jeder wohnt, negativ wird. Weil Wohnbau heißt Flächenverbrauch und Flächenverbrauch ist böse. Wir sehen es ein bisschen anders, weil jeder wohnt und wir werden auch Wohnbau brauchen. Aber die Frage ist, wie werden wir Zukunft Wohnbau errichten? Und das wird mehr sein als nur ein guter Grundriss, den wir jedenfalls brauchen und mehr als gute Architektur in den Wohngebäuden. Wir werden Wohnbau brauchen, der sich mit der Wohnumgebung beschäftigt, der ein ausgewogenes Verhältnis hat zwischen freien, privaten und öffentlichen Flächen, der eine Grünraum- und eine Freiflächenplanung hat, wo man sich gerne aufhält, der aber auch eine soziale Ausgewogenheit mit berücksichtigt und auch die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner schon mitnimmt. Denn eines ist auch klar, wenn wir die Bewohner nicht mitdenken, wird es nie ein gelungener Wohnbau werden. Und all diese Themen werden wir heute in unterschiedlichen Referaten mitnehmen. Wir haben heuer als Alpenland, als Genossenschaft, das erste Jahr, wo wir eine Gemeinwohlbilanz machen. Und warum machen wir das? Erstens haben wir es in unserer DNA. Wir sind eine gemeinnützige Bauvereinigung, aber auch eine Genossenschaft. Und zweitens sind die Werte der Gemeinwohlbilanz, Ökologie, Nachhaltigkeit, Fairness, Transparent und auch der Mensch. Und genau um diese Themen geht es auch heute im Wohnbau, dass wir wohnen mit der Wohnumgebung, mit einer Nachbarschaftsbildung, mit einer ökologischen, nachhaltigen Entwicklung hin. Und ich freue mich sehr auf unsere kurzen Referate und darf jetzt an unseren Landesrat übergeben, der aus seiner politischen Brille sicherlich auch zu diesem Thema die richtigen Worte findet. Bitte, lieber Martin. Sehr geehrte Frau Obfrau Isabella Stickler, lieber Herr Obfrau Stellvertreter Norbert Steiner, sehr geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Politik, der Bauwirtschaft, der gemeinnützigen Wohnbauträger, geschätzte Bürgermeister. Ich habe schon gesehen den Christian Haberhauer aus Amstetten, den Rainer Handelfinger aus Obergrafendorf, jetzt sind sicher noch mehr hier. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Vortragende. Es ist schön hier heute dabei sein zu dürfen, der Wohnbaudialog von Alpenland gemeinsam mit Orte ist immer eine Standortbestimmung, wo wir im gemeinnützigen Wohnbau stehen. Und das heutige Thema Städte, Baustadt, Wohnbau vom separierten Wohnbau zur urbanen Durchmischung ist auch ein Thema, das uns natürlich im Land ganz heftig umtreibt. Ich möchte ganz herzliche Grüße auch von Landeshauptfrau Johanna Mikleitner überbringen. Ich darf Sie heute hier ganz offiziell vertreten. Das Thema, das uns und Isabella Stickler hat es angesprochen, Flächenverbrauch, was uns ganz besonders am Herzen liegt, ist Ortskernbelebung. Wir haben in unserer Blaugeln-Wohnbaustrategie schon vor einigen Jahren Schritte gesetzt, damit wir die Ortskerne unserer Gemeinden entsprechend entwickeln können. Damit wir dort auch einen neuen Raum für wirtschaftliche Tätigkeit schaffen können. Aber auch, dass auch Private hier in den Ortskern kommen können. Sie wissen, dass wir einen Ortskernbonus, einen Regionenbonus entwickelt haben, dass wir hier im Ortskern ganz spezielle Förderungen haben, um den Ortskern zu beleben. Und dabei geht es uns auch darum eben, dass im Ortskern auch das Wohnen mit dem Arbeiten verbunden werden kann. Das ist in Zeiten der Pandemie natürlich mit der ganzen Thematik Homeoffice ganz entscheidend geworden. Hat aber für uns ein ganz wichtiges Element. Weil natürlich, wenn Wohnen und Arbeiten im Ortskern stattfindet, dann findet es einerseits natürlich eine Gegenbewegung zur peripheren Flächenversiegelung. Aber es hat auch andere Elemente. Natürlich Reduktion des Verkehrs und Bürgernähe. Ganz in Bürgerinnen-Nähe ganz entscheidend für uns. Wir haben daher damals entschieden, dass wir bei unseren Wohnbauförderungen diesen Aspekt Arbeiten und Wohnen ganz stark ins Zentrum stellen werden. Sie wissen, dass wir bei überwiegender Schaffung von Wohnraum gleichzeitig mitfördern, sowohl Geschäfte als auch Ordinationen, als auch Gesundheitszentren, Primärversorgungszentren, wenn die im Ortskern gelegen sind und wenn sie gemeinsam mit Wohnungen errichtet werden. Gleichzeitig haben wir in unserer Blaugellen-Wohnbaustrategie dafür Sorge getragen, dass man eben auch besser von zu Hause aus wohnen kann. Das waren die Elemente, dass wir sagen, wenn eine Wohnung zum überwiegenden Teil weiter dem Wohnbedürfnis dient, dann ist es sehr wohl möglich, dass man aus einer Wohnung heraus auch einen Gewerbebetrieb betreibt, sofern er natürlich die Nachbarschaft nicht stört. Wir denken da an Kosmetik und Fußpflege, an Friseur-Massagebetriebe, aber auch Schneidereien, Fotografien, Fotografiebetriebe. All das soll auch aus der Wohnung heraus möglich sein und auch aus geförderten Wohnungen. Und da haben wir damals schon die Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, es ist unsinnig, wenn man hier einen Teil der Wohnung für gewerbliche Zwecke nützt, dass man dann hier eine Wohnbauförderung zurückzahlen müsste. Wir haben das also ausgeschlossen in Zukunft. Das war schon in unserer Blaugellen-Wohnbaustrategie. Und man kann also, man muss jetzt hier keine Förderungen mehr an das Land zurückzahlen, wenn man aus der Wohnung heraus arbeitet. Ich habe mir ein paar Ortskernprojekte zusammengeschrieben, die, wie ich meine, vorbildlich sind. Sie stehen bitte wirklich nur als Beispiele. Es gibt viel mehr und es sind noch viel, viel mehr in Planung. Aber nur ein paar, die in den letzten Jahren entstanden sind und wo wir schon sagen dürfen, dass wir das Land mit unserer Blaugellen-Wohnbaustrategie dazu beigetragen haben, dass auch viele Gemeinden einen Ortskern entwickelt haben, wo es in den Gemeinden davor gar keinen wirklichen Ortskern gegeben hat. Ich nenne ein paar Beispiele. Ich bin bei Obergrafendorf, wo im Zentrum von Alpenland 80 Wohneinheiten in Holzbauweise auf dem ehemaligen Tischler-Areal gebaut wurden. Ich habe es mir selbst auch angesehen. Es ist eine wunderbare Form der Ortskernbelebung. In Krumm-Nussbaum ist in Bau von der WET ein Ortskernprojekt mit Nahversorger, ADEG mit Poststelle, mit einer Tabaktrafik, es heißt unverpackt Krumm-Nussbaum mit Kaffee, Friseursalon, Veranstaltungssaal, Mehrzwecksaal, Gemeindeamt, Dorfoffice, ein Coworking-Space, 28 Wohnungen. Auch das ein wunderschönes Beispiel, wie wir uns das wirklich vorgestellt haben, dass es funktionieren sollte. In Enzesfeld in der Brunn von der Atlas eine Wohnanlage mit zwei Stiegen und einem neuen Gemeindezentrum in Hollerbrunn. Ein ganz spannendes Projekt, wo die WAV 29 Wohnanlagen und ein Rotkreuz-Zentrum letztlich entwickelt hat. Auch das eine Möglichkeit der Kombination natürlich. Lanzenkirchen, ebenfalls von der WET, Baurechtswohnungen, eine Reiker-Filiale-Ordination und auf der Nachbarliegenschaft ist das neue Gemeindeamt errichtet worden. Dann nochmals in Obergrafendorf von der Pilachtal 32 Wohneinheiten, davon acht betreutes Wohnen mit Apotheke, Bank, Post, Restaurant, Gesundheitszentrum oder in Hagenbrunn von der GEDESAG Wohnungen mit zusätzlich da im Selm Block, Friseur, Ordination, Kaffee, Nahversorger. Auch hier eine Kombination aus 26 Wohneinheiten und neun Einheiten betreutes Wohnen. Also was wir hier sehen ist glaube ich wirklich ein absoluter Impuls für die Ortskernbelebung und das war uns ganz ganz wichtig und ich muss sagen nach mittlerweile etwas mehr als dreieinhalb Jahren der Blau-Geln-Wohnbar-Strategie, dass das an und für sich wirklich genauso funktioniert hat, wie wir es uns erhofft haben. Ich komme noch zu einem Bereich, der für Sie alle wahrscheinlich von größter Bedeutung ist und Isabella Stickler hat es ja angesprochen, das ist die ja zum Teil erratische Entwicklung in den Baukosten am Bausektor. Wir haben im gemeinnützigen Wohnbau Preisanstiege gesehen von 30 bis 40 Prozent. Es schwankt aber auch sehr stark, es geht einmal rauf einmal runter bei verschiedenen Baumaterialien. Es ist eine sehr unstete Entwicklung. In jedem Fall haben wir als Land beschlossen, dass wir hier eingreifen müssen, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, denn wir wollen natürlich auch in den kommenden Jahren weiter leistbares Wohnen in Niederösterreich anbieten können. Wir sind wirklich flächendeckend in Niederösterreich damit und haben, wie ich meine, weiterhin Wohnungen zu sehr sehr günstigen Preisen. Wohnungen, Miete mit Kaufoptionen, Eigentum, Reinhäuser. Ich glaube, dass wir auch im Bundesländervergleich und wir haben den wieder vor kurzem gehabt, auch bei der Landeswohnbaureferentinnenkonferenz, dass wir hier exzellent liegen, nicht nur was unsere Durchschnittsmietpreise betrifft, sondern auch was die Anzahl der Wohneinheiten betrifft, die wir bauen. Was haben wir als Land getan, um der Teuerung entgegenzuwirken? Nun, wir haben vor kurzem mit der Landeshauptfrau den Drei-Punkte-Plan vorgestellt, um hier die Baukosten entsprechend abfedern zu können und die leistbaren Preise für Wohneinheiten auch in der Zukunft möglich zu machen. Einerseits beim Neubau haben wir die Fördernominali um 19 Prozent angehoben. Wir bieten mehr an Förderung für die Projekte und im Bereich der Sanierungen haben wir einerseits die Annuitätenzuschüsse von 4 Prozent bei Wohnungen von 15 auf 20 Jahre erweitert und gleichzeitig den Plafond für die Kosten pro Quadratmeter von 1.000 auf 1.200 Euro bei Sanierungen angehoben. Das kostet das Land nicht weniger als etwa 12 Millionen Euro, aber wir glauben, dass das extrem gut investiertes Geld ist, denn wir wollen natürlich, dass, wie gesagt, unser gemeinnütziger Wohnbau in der Zukunft so weitergeht, wie es in der Vergangenheit als bewährtes Modell zu sehen war. Dazu auch noch eine Maßnahme für die Mieterinnen und Mieter als Steuerungsausgleich. Wir haben für Wohnzuschuss und Wohnbeihilfe die Einkommensgrenzen angehoben. Das heißt, es wird auch für die Mieterinnen und Mieter leichter möglich sein, ihre Mieten zu bezahlen und natürlich bedeutet das für die Genossenschaften auch, dass es leichter sein wird, Mieterinnen und Mieter für die Wohnungen zu bekommen. Ja, zum Abschluss würde ich noch ganz gern ein Dankeschön in ganz besonderer Form an die Alpenland sagen und zwei Projekte herausstreichen, die mir ganz besonders wichtig sind, weil ich glaube, dass sie auch neue Elemente im gemeinnützigen Wohnbau umsetzen. Ich durfte, liebe Frau Obfrau, mit dir gemeinsam Mühlbach-Ost besuchen. Ein ganz großartiges Projekt hier, wo an einer sehr großen, in einem Wohnquartier, wo auch die WD beteiligt ist, letztlich 330 Wohnungen, davon 260 von der Alpenland eben entstehen. Ein wirkliches Vorzeigemodell für St. Pölten. Mehr Generationenquartier, alle Autos unter Tag, wenn ich so sagen darf, was erlaubt, dass dort sieben Gärten entstehen werden, eine wirkliche Wohn- und Gartenlandschaft, aber unglaublich viel auf die Aspekte Mobilität wertgelegt wurde. Die E-Ladestationen, die autofreien Zonen, aber wo auch sehr stark das soziale Element in den Vordergrund gerückt wurde, vom Gemeinschaftsraum bis zur Caritas, die dort angesiedelt sein wird, aber auch ein Bäcker. Also ein sehr, sehr, ein sehr wunderschön ausgebautes Wohnquartier. Ich freue mich schon darauf, wenn es fertig ist. Es wird, glaube ich, ein ganz großartiges Vorzeigeprojekt. Und das Zweite, wir haben hier in diesem Raum einmal, dazu auch, durfte ich dabei sein, bei einem entsprechenden Workshop, die Trautsonstraße, wo hier internationale Architekten ans Werk gehen, um eine Fläche von zwei Hektar zu entwickeln mit etwa 300 Wohneinheiten, wo das Thema Gemeinschaft auch im Mittelpunkt steht mit sehr, sehr spannenden Ideen. Ökologie und Nachhaltigkeit natürlich im Zentrum, aber auch Freiraum, aber auch Leistbarkeit. Da arbeiten diese Architekturteams daran und ich glaube, dass wir dort auch sehen werden, wozu hier der Wohnbau in der Zukunft in der Lage sein wird. Ein Bereich, der gemeinnützige Wohnbau, der für uns alle ein ganz, ganz wichtiger ist, nicht nur, weil wir alle damit beschäftigt sind, sondern weil er letztlich in Niederösterreich 30.000 Arbeitsplätze sichert, eine Wertschöpfung, Brutto-Wertschöpfung von 1,8 Milliarden Euro, ein wirklicher Motor der Wirtschaft, den wir nicht zu gering schätzen dürfen. Wir arbeiten, glaube ich, wirklich gut zusammen. Ich kann sagen und ich bedanke mich auch bei der Frau Obfrau, die auch immer wieder Ideengeberin ist und uns immer auch wieder berät, wenn es darum geht, dass wir hier die Zusammenarbeit zwischen dem Land und den gemeinnützigen Wohnbauträgern bestmöglich ausgestalten. Denn wir wissen alle, der wichtigste Platz auf der Welt ist letztlich unser Zuhause. Das ist dort, wo wir uns zurückziehen, dort, wo wir uns wohlfühlen. Ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie uns helfen, hier diesen Wohnraum Niederösterreich mitzugestalten und hier die besten Konzepte für die Zukunft zu entwickeln. Ich wünsche der heutigen Veranstaltung auch interessante Vorträge und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Alle Beispiele zeigen, viel ist schon passiert. Es wird noch viel passieren. Klar ist auch, ein schlampiger Umgang mit Grund und Boden ist nicht. Die Zeiten sind vorbei und auch das Zersiedeln und das Bauen auf der grünen Wiese sind auch vorbei. An der Stelle darf ich für die nächsten spannenden Impulse an unsere Moderation, an den Reinhard Zeiss, übergeben und freue mich auf die spannenden Vorträge unserer Referenten. Danke, Isabella Stickler. Mikrofon ist? Ja. Danke, Isabella Stickler. Danke, Herr Dr. Eichtinger. Erlauben Sie mir zwei kurze Nachsätze zu den Statements von Ihrer Seite, weil Sie gesagt haben, Wohnbau ist mittlerweile böse. Wer das nicht glaubt, ich habe es selber kaum glauben können, die Stadt Wiener Neustadt gilt als Betonhauptstadt Österreichs, also deutet auf eine nicht besonders nachhaltige Stadtentwicklung in den letzten Jahrzehnten hin und hat jetzt als Reißleine gezogen einen Baustopp für großvolumigen Wohnbau. Also nicht für Gewerbegebiete, nicht für Fachmarktzentren, nicht für Einfamilienhaussiedlungen, sondern für großvolumigen Wohnbau. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt Ausnahmegenehmigungen, aber die werden besonders streng geprüft, ob sie nicht zu einem übertriebenen Ausmaß zur weiteren Versiegelung Wiener Neustadt beitragen. Also habe ich gestaunt, muss ich sagen. Also eigentlich die flächensparendste Form der Bebauung wird als Verursacher für unsere Versiegelung hergenommen. Und zum Herrn Landesrat Eichtinger möchte ich noch sagen, Schott, dass er nicht mehr da ist. Es ist gut, wenn Niederösterreich einen Ortskernbonus hat. Viel wichtiger wäre ein Ortsrandmalus. Und da rede ich noch gar nicht davon, dass man das eigentlich bepreisen müsste, dass man suburban, auf der grünen Wiese, verkehrsintensiv, flächenintensiv baut. Es müsste eigentlich verboten werden, aber man kann es natürlich auch über die Preisbildung machen. Aber es würde schon reichen, wenn man die Förderungen für die Ortsrandbebauung oder sagen wir mal für die Bebauung der grünen Wiese einstellen würde. Ich war vor kurzem in Bruck an der Leiter, Bezirkshauptstadt im Osten Niederösterreichs. Da gibt es ein Industrie- und Gewerbegebiet gefördert von EcoPlus, der Landesgewerbeförderstelle. Also mit öffentlichen Mitteln ein Industrie- und Gewerbegebiet, wo kein einziger produzierender Betrieb ist, wo von Admiral Sportwetten über, Sie kennen das Ganze, ein Riesenfachmarktzentrum ist, wobei das Wort Zentrum irreführend ist, eine Fachmarktwüste, gefördert mit öffentlichen Geldern, Autobahn nahe und natürlich der Killer für den innerstädtischen Handel. Und es ist klar, wenn wir heute darüber reden, dass der Wohnbau mehr als nur Wohnbau sein soll, na wo nimmt er die Nutzungen her für mehr als nur Wohnen, das sind die, die wir auf der grünen Wiese monofunktional anordnen und fördern. Also damit aufzuhören, das zu fördern oder besser noch eigentlich einen Druck auszuüben, dass das rückgebaut wird und diese Funktionen wieder frei werden für eine Durchmischung mit dem Wohnen, das wäre das Gebot der Stunde. Ein Ortskernbonus kann bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Ja, mit diesen Worten heiße auch ich Sie willkommen zum fünften Wohnbaudialog von Alpenland und Orte, das eben dem schon genannten Thema Städtebau statt Wohnbau gewidmet ist und Sie kennen alle den Werbeslogan von Ikea, wohnst du noch oder lebst du schon? Und ich denke mir, diese Frage kann sich auch der Wohnbau stellen oder soll sich der Wohnbau stellen, wenn man sich anschaut, dass eben eine Renaissance des städtischen Lebens, wie ihr seit eigentlich Jahrzehnten beobachtet, immer noch zunimmt, nicht nur jüngere Menschen, auch ältere Menschen, die wieder oft von den Einfamilienhausgebieten in die Städte zurückkehren, weil da eben der Arzt ums Eck ist und ohne Auto erreichbar ist, soziale, kulturelle Dienstleistungs-Nahversorgungseinrichtungen eben auch fußläufig erreichbar sind, wenn die Stadtstruktur es noch zulässt. Und in den Innenstädten lässt sie das noch zu. Und ja, es ist natürlich ein Gebot der Stunde, dass der Wohnbau in seinem An-der-Stadt-Weiter-Bauen und der Wohnbau ist der Hauptträger unseres Baugeschehens, dass der quasi die Verantwortung übernimmt und eben städtisch unsere Städte zum Wachsen bringt und eben weggeht von der schon genannten Entmischung oder Fragmentierung der Stadt. Die Frage ist, trägt sich das denn auch? Also machen Wohnbauträger nicht ein großes Risiko oder gehen sie nicht ein großes Risiko ein, wenn sie jetzt im Erdgeschoss oder auch in den Obergeschossen große Flächen für dertiere Nutzungen, sei es jetzt Handel, sei es Dienstleistungen, Ordinationen, Praxen und so weiter vorsehen? Ja, das wird so sein. Also wir kennen die Beispiele, wo auf Verdacht sozusagen nicht Wohnraum gebaut wurde, der dann leer steht. Und die Frage ist, woran liegt es? Will der Markt so etwas nicht oder liegt es eben an besagten Konkurrenzen draußen auf der grünen Wiese?